Musik Hallihallo, Hallöchen, wir sind bei World of Gu unterwegs und wir fangen fröhlich an mit Chapter 3. Auf geht es. Winter. Boah, das Spiel ist so laut. Muss hier nochmal leiser machen, glaube ich. So, leiser gemacht, das ist echt irrsinnig laut, dieses Spiel, und hat aus irgendeinem Grund keine Einstellungsmöglichkeit, in den Sound leiser zu machen. Jetzt platzen mir die Ohren hinterm Kopfhörer. So, Burning Man, Burning Man, da wollte ich auch mal hin, auf das Festival. Welcome to the Factory. Und schauen, ob man was uns hier erwartet. Oh, da haben wir auch schon wieder neue, neue Goo Balls. This whole island is a Factory. It appears they are doing outsource work for World of Gu Corporation. Probably building some kind of new high-tech product. Way over here, on the other side of the world. But where's the pipe? Looks like that guy's giant hat is in the way. Possibly the result of poor local management. Out with the old, in with the new. That's what I always say. The sign painter, management supervisor. Let's go now, was I'm here? The fire flickers with possibilities. I wonder what happens if you get a little bit closer. The sign painter. So, was haben wir denn hier? Da scheint die Pipe zu sein. Das Ding hier ist im Weg. Mit seinen kleinen, großen Augen. Schau mir in die Augen, Baby. Und Luftballons. Was sind das denn hier für gute Bälle? Muss er doch mal hier runter? Was ist das denn? Ich weiß nicht, was ist das denn? Das Ding nicht. Die scheint relativ stabil zu sein. Oha! Nicht weiter da hinten hin wackeln. Na toll. Ich glaube, dass die anfangen zu brennen und das ganze Ding hier abfackeln, wenn ich da zum Feuer komme. Wobei die Betonung auf Wenn liegt. Ahja. Das wird sich jetzt nach oben ausbreiten und das Ding wird runter plumpsen. Äh. Äh. Ui. So. Sind wir hier doch aber, äh. Müssen wir hier wieder ein bisschen drehen. Ach, das geht ja. Da war es doch schon. Ja wunderbar. Off we go. So. My dear friends. The sign paper. Hehehehe. The second hand smoke. What does this mean? Some balls are more flammable than other balls. Mhm. Mhm. More mysterious pipes appeared up in the sky. What are they building in this factory? There's a rumor. Everything changes in chapter 4. Whatever that means. The intrepid sign painter. Ja. Von Chip davor sind wir noch ein bisschen entfernt. Let's see. Die fangen garantiert an zu brennen, wenn ich sie da durchs Feuer laufen lasse. Ich muss aber genau hier hin, offensichtlich. Oh. Oder wie seh ich das? Äh. Was können wir denn da anmachen jetzt? Wenn ich jetzt hier anfange runterzubauen, dann fängt der gleich an zu brennen hier, wa? Ich hab auch keine andersfarben. Scheiße. Ich glaube, das war nicht das, so wie es sein sollte. Nein, nein. Ach. Ich glaube, ich habe eine Idee. Okay. Ich muss zwölf collecten. Das hier sieht mir durchaus so aus wie zwölf. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die weißen Dinger nicht entflammbar sind. Und baue mich von hier mal runter zum Feuer. Um das abzufackeln, was das weiße festhält. Und dann hoffe ich, dass das andere runterfällt und meine Schwatzen von unten da rüberklintern können und hier reinkommen. Ja, jetzt fällt es allerdings daneben. Oh, da muss ich wohl von beiden Seiten abbrennen, hm? Na gut. Das lässt sich doch bestimmt auch irgendwie arrangieren. So. Wie mache ich das denn? Bräuchte jetzt in deiner Mitte ein bisschen wieder zusammen, ne? Irgendwie so. Jetzt gehen die mir hier gleich aus. Und jetzt brennen sie nicht. Scheiße. Kommt mal ganz so brennen. Oh nein. Keiner mehr da. Ich will hier nichts begängig machen. Das erfordert mehr planerische Arbeit, ganz offensichtlich hier. Das müsste eigentlich auch hier anfangen können, ne? So. Wollen wir mal hier möglichst gleich, dass das auch nachher ungefähr gleich lange braucht zum Abbrennen alles. So. So. Wie geht's aber? Sieht gut aus. Jawohl. So klappt es doch schon. Als wenn ihr jemals an mir gezweifelt hättet. Oder ich an mir. Z-Product. Coming soon. Yay. Uhu. 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 Ah ja. Und jetzt blittet sich das ganze wieder auf in Mistys Long Boney Road. Und Superfuse Challenge Time. Wow. Superfuse Challenge Time klingt natürlich cool. Warum auch immer. Everyone's a winner. Winner. Oha. 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 Kann ich einen von denen da drauf fallen, was du machst? Okay, wie weit sind wir denn? Oh, quite a bit. Das will ja gar nicht so einfach mit. Wie viel hab ich denn hiervon? Vier Stück nur? Na gut, schauen wir mal. Nimm mal hier so ein bisschen in der Nähe behalten. Nicht gut. Jetzt hab ich schon drei verbaut. Was schaffe ich? Damit komm ich doch nur weit genug. Damit komm ich doch nicht weit genug. the Da müssen wir so ein bisschen abstützen. Komm mal wieder hier hin. Bleib hier. Ich muss den eh da jetzt ansetzen. Oh, was ist jetzt passiert hier? So, arg knapp dort. Hm. Hier kann ich auch gar nicht viel höher gehen jetzt noch. Oh mein. Kann ich das denn wohl hier hinten irgendwie zusammenbrechen lassen, dass das immer noch hält? Kann die hier ja wieder wegnehmen, ne? Oh, guck mal. Da kommen wir doch jetzt wohl so hin. Komm schon. 4, 5, 6, ja, das passt, das schafft. Das ist machbar. Yay. Komm, die beiden auch noch? Ganz wunderbar. Guck, da war ja beim Zweifeln schon hier, ob ich da nochmal von vorne ran muss. Halaos! Fuck ha ha , ha ha. Jusch prodigierst du removed fest, der war ja alles. Vielen Dank.